Wir müssen uns auch Poppen bauen. Das ist so eine Aktion, so eine Musik, Alter. Genau. Ich bin Ramizel. Ich bin Ramizel-El-Lenmaiya, der Ramizel-El-Lenmaiya. Mit der Ramizel-El-Lenmaiya, der Name ist auch gleich mit der Frau. Und das ist doch... Dieser Mann ist meine... Also, ich habe die Geschichte von Cathy. Ich bin jetzt in der Karte, um zu Hause zu gehen. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Ich bin jetzt noch ein bisschen. Sofie, wie ist das? Was wirklich, Lamizel, sofie? Ich weiß nicht, dass ich das so richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, dass ich das so richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, dass ich das so richtig verstanden habe. Ah, das stimmt. Ich hab's gehört, dass ich auch von Ramizel nicht verstehe. Hör, was macht ihr alle? Ich bin schnell weg. Oh, ja! Hey! Jetzt ist es wichtig, zu suchen die Crafts, oder? Wir müssen uns über die Lamizelle denken. Ah! Sophie-san! Das, das, das! Ich habe mir einen Moment gesehen. Ich habe einen Moment gesehen. Es ist ein normaler Schmuck. Was ist das? Es ist nicht normal. Ich habe mir nicht gesehen, was ich gesehen habe. Es ist natürlich so ein Schmuck. Ich denke, das ist so ein Schmuck. Ich denke, es ist nicht so ein Schmuck. Es ist nicht so ein Schmuck. Es ist sicher, dass es so ein Schmuck ist. Fertig. Es ist sicher, dass es so ein Schmuck ist. Der Kunteer liegt. Jetzt ist es eine Schmuck. Schmuck? Aber diese Schmuck ist eine Schmuck. Sie sind so nett, was ich beteiligt. Ich habe ihn davon ausgerufen. Er ist schon schön. Etwa die Schmuck ist wichtig. Und das ist das, was es so großartig ist. Also, wenn du mit 1000 Kohl? Das ist nur nur ein einzigartiger. Ich denke, dass ich mich interessiert habe. Wenn du mit den Kohlverlust verwendest, kann ich nicht anders sein. Die ist so durch, man. Ist das Crystal Pavilion? Pircas Emporium. Achso, ja, wir können die Karte mal weg tun. Sie schaut irgendwie auch nicht besonders aus, das Haus. Ich dachte, das Crystal Emporium schaut besser aus. Ja, das stimmt. Es war schwer, Sophie. Ich glaube, dass ich mich sehr interessiert habe. Ja. Ich glaube, es ist ein Gefühl, dass ich mich sehr interessiert habe. Aber ich habe mich sehr interessiert, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich habe keine Ahnung, aber ich... Ich habe keine Ahnung, dass ich so. Ich habe keine Ahnung, dass ich so. Ich habe keine Ahnung, dass ich so. Ich habe keine Ahnung, wenn ich mich nicht verletze. Ich habe mich für mich gefunden. Ich habe mich gefragt, was ich? Ja, so ist das! Ich möchte mich über die Blastung des Blastungen fragen, was ich? Ich kann mich über die Welt sagen, was ich? Ich kann mich über das tun. Ich kann mich über das tun. Ich kann mich über das? Natürlich! Ich kann mich über das Thema sagen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht sagen kann. Ich habe es geschafft, Sophie-san! Ah! Ich habe mich überrascht, aber... Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Aber ich habe mich überrascht. Ich kann mich überrascht. Ich kann mich überrascht. Ich will mich überrascht. Ich möchte mich überrascht. Ich möchte meine Einladung für mich. Ein Punkt, die Wunschung des Geist. Ein Punkt ist, die Diewoldt zu finden. Die Diewoldt ist der Einzelnen Einzelnen? So? So? Sofie-san, ich glaube, dass du sicher bist, aber... Ja, ich glaube, es ist ein paar, aber ich glaube, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe, dass ich das nicht verletze. Ich hoffe, dass ich das nicht verletze. Ich hoffe, dass ich das nicht verletze. Ich hoffe, dass ich es in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass die Musik von D-Bolt in die Stadt der Stadt. Ich hoffe, dass du hier mit einbauen kannst. Ich hoffe, dass du hier mit einbauen musst. Ich hoffe, dass du hier mit dir und dir, dass du hier so schwer bist. Ich hoffe, dass du hier nicht brauchst. Ich hoffe, dass du hier in der Stadt zu kommen. Ich hoffe, dass du hier aufgehört. Sie müssen den Tag wählen, Stoffy! Sie müssen das alles ver Australian als Songը. Das ist die Frage von ihm, Stoffy. Das war gut, Stoffy. Wer hat sich also darum geprägt? Okay Soja und wir haben ja auch noch quest nee ach da müssen wir zu ihr gehen Zettel soiti soti sunny plant in flower die war of sunflowers Okay Aber wir sollten erst mal zum die bolt gehen So So Ist das ein die bolt? Sieht doch nicht aus wie ein die bolt Was für eine pause Ach sie ist das Sofie Und wer hat sich schon am Eleven? Ich habe auch Angst gefragt, was ich sehr . Oh, was ich so lange spielen? So? Ich weiß ja nicht, Katty. Sie sind nicht arbeiten und heute. Kann ich sagen, Ich bin immer noch in der ersten Zeit, dass Sie wie in den ersten Mal einen ganz starken Menschen sehen. Aber Erfiehra und von Anerkennung Ich sehe sehr actually, ich sehe nicht. Aber ich könnte es zu sagen, Das ist so schwer, aber die Leute hier leben, die Katte ist so, wie sie hier sind. Es ist so schwer, keine Arbeit, keine Arbeit, keine Arbeit. Wenn man nicht sagen will, ist das ein Mensch. Noam, das ist anders. Ich bin kein Mensch. Das heißt, ich bin ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Ja, liebe Leute, habt das gehört, überarbeitet euch nicht. Da können wir sprechen. Atelier. Da ist die Szene mit der Plafta, oder? Oder Plafta. Sofie ist es für seine Rolle. Sofie ist es für mich. Ich habe mir nur die Art von mir gelernt. Ich habe nicht nur die Art von mir gelernt. Das ist wichtig, dass die Begründung von mir neben mir ist. Wenn man sich die Begründung bei mir neben mir befinden kann, dann kann man sich um die Begründung aufzuhören, und das ist ein Gefühl, dass man sich um die Begründung aufzuhören. Ich habe auch so viele Freunde in der alten Welt. Das ist der Grund dafür, dass ich so weit weggearbeitet habe. Das ist der Magier, den wir gesehen haben. Den wo sie bekämpft haben, im ersten Teil. Ja. Er hat sich mit ihm herausgefunden, und er hat sich mit ihm herausgefunden. Das ist der Magier der Magier. Der Magier der Magier der Magier der Magier der Magier der Magier der Magier. Das ist ein guter Freund. Das ist ein guter Freund. Ich bin ein guter Freund. Ich habe die Geschichte von Brafters gesprochen. Ich glaube, dass diese Kindheit... Ich bin ein guter Freund von Brafters gesagt. Das ist ein guter Freund. Den Geht hoch zu sein. Oh mein Gott, wie geht's das denn? Wie war's das denn? Ich habe auch noch ein paar Gespräche gemacht. Ich habe auch noch ein paar Gespräche gemacht. Ich habe mir gedacht, dass ich mich von meinem Geist-Konferenz-Konferenz-Konferenz-Konferenz-Konferenz. Hä? Es geht jetzt auch um Abilities zu dir. Abilities? Nein? You can unlock new Abilities in the Abilities section of the Main Menu. Please correct the stats, provide Gathering Bonus, give you Discounted Shops and more. Leveling up or completing Party Quests When your IP expects you to reach certain thresholds, you will unlock both skills Any powerful access or strangling la 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 spend your IP to learn new abilities Party Quests Obtain a treasure When your party members set for themselves are called Party Quests Upon completing a Party Quest you will receive HP as a reward When your active Party Quest can be found in Party Story Screen Landmarks Oh, I thought that she did a thing You will unlock people to discover like myself and proactive and explore What? 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 My voice knows What is going on? Wut have to use What's going on? What? N 하나 Gathering Quotch Up Empty handed Gut, I have Staff Basket capacity Okay, more Sachen getragen ADK weil es eigentlich nicht viel ist eine verteidigung hochkostung das 1 ok ja die 10 sehen wenn man zwei an dieser 33 13 ich habe immer oben die bonus gilt sehen Ich habe es vollständig gekostet. Hä? Hat das 3 gekostet? Scheinbar. Maximum HP ab. Plus 10 sogar. Duplication Price down. Das kostet 1. Maximum MP ab. Ach so, ja. Der hat 10. Angriff hoch. Und Critical Rate ab. Cool. Initiation Winner Battle. Speak with D-Bolt. Ne, ne. Wo geht's? Wo geht's? Ach so, das sind Landmarks 2. Da sind auch jeweils 2 Landmarks. Da sind 3. In den Ruinen auch. In Ruinen sind auch jeweils eine. Ist das auch eine Landmark? Ne, der zählt nicht. Aber hä? Da gibt es einen Haufen Zeug zum Gathern. Also zum Sammeln. Ich sollte mal aufhören in Englisch zu sprechen. In den Riedentral District. Da. Mehr Gelauber startet. Ja. Äh. Also er steht da. Da. Wie ist das? Wo gibt es noch einen guten Willen-Buch? Das ist nicht wahr! Das ist die Antwort! Ich glaube, wenn ich meine Gute nicht so richtig verabschiedsze, dann wäre ich das. Das ist auch alles, was ich. Ich glaube, dass ich das sehr gut verabschiede. Das ist nicht so richtig. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bitte heute auch, Orias. Es ist sicher, wenn wir mit uns zusammen sind, dann ist es der Welt安全. Das ist so, Sophie. Ich hoffe, dass wir jetzt wiedersehen. Na ja, er zieht schon ziemlich viel Schaden ab, also. Friendship is older increased. Elements with ice. Okay. Ähm, da dann. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ja, ist er. Ich dachte, er hat eine Schmiede oder sowas. Was geht ab, Alter? Mr. Cool Boy. Halten die Damen, da ist der Cool Boy. Er ist der Icy. Icy-Typ. Oh. Du warst sicher...Sophie. Ich bin Sophie's Hausmüller. Ich habe ihn für Ramizel gekauft. Ich habe ihn getrennt. Ich habe ihn in die Registration getrennt. Okay, oder? Ich habe auch vielen Dank. Er war gerade, wenn du einen Charge an oder gehen, dann darfst du? Ich habe ihn auch auf gemacht. Aber ich habe ihn auch zu spüren. Ich denke, dass ich den Kanten nicht verwendet habe. Ich denke, ich habe keine Ahnung. Ich bin nur ein Foto, oder? Ich bin nicht ein Mann. Ich bin sehr nett. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich ihn nicht verwendet habe. Ich habe auch einen Riespuff von Riespuff. Ich habe mich nicht verwendet. Ich glaube, es ist ein Typus, aber es ist ein Typus, aber es ist ein Typus. So, Sophie? Ich kann mich nicht sagen, ob ich ein paar Erfahrungen gemacht habe. Ja, aber ich habe keine Ahnung, aber ich habe ein paar Erfahrungen. Ich glaube... Ich habe ein wenig Angst, aber ich habe einen Teil der Ramizel. Ich kann es nicht glauben. Der Ramizel hat so viel gesehen, wenn du so gesehen hast. Ah, das stimmt. Aber wenn du so gewusst hast, ist es gut. Ist das nicht wahr? Zuerst... Ich bin... D-Bolt-Lei-Verenz Ich bin in dieser Stadt Ich bin in dieser Stadt Ich möchte das... Das ist... Das ist... Es ist schon ziemlich eine Verlustung. Vielleicht ist es D-Bolt-San? Ich habe mich in einer Schein-Grein-Greinheit, die ich nicht verletze. Ich habe die Welt gesehen, ohne mich zerstört. Ich habe das Leben bekommen. aber ich werde es nicht mehr von mir sein. Ich habe das Gefühl, dass ich mich vermisse. Ich bin alles gut. Ich hab mich gefreut. Ich werde mich sehr, was ich mit einem Gelenkarten zu finden. Das ist es. Ich freue mich. Neue Recipes. Ideas Available. Okay. Die brauche ich, ne? Twin Blades. Already learnt. Refresh Oil. Okay, wir müssen das machen. Sind diese Sil... Silvalia. Was soll das denn Silvalia, Mann? Recommended. Muss wahrscheinlich erstmal den Chaos Arm machen. Ach, da sind die allgemein, ne? Sedative Oil Man. Traveler Shoes. Seife. Da brauche ich ja Refresh Oil. Wo gab es wieder Refresh Oil? Ich habe schon gelernt. Eieieieieiei. Müssen wir erstmal schauen, was... Oh, warte da. Polish, Puniccandy, Punicelli, Gnade Ring. Refresh Oil, hier. Already learnt. Ja, geil. Na, hauen wir doch irgendwas in die Suppe da rein, ey. Wo ist denn das? Sanal Gnade Ring. Ne, hier ist was wahrscheinlich, oder? Da ist Silvalia. Achso, das ist... Ein paar Bonus. Silver Crystal. Ja, das ist... Enhanced Finisher? Es macht das Ding schon von alleine. Zack, zack, zack. Ich bin mit dem Sparer bei 15%. 20% mehr bei Stun-Targets. Okay. Jetzt können die Pick-Aggs machen. Der Pick-Aggs. Der Quality. Ah, Cheap, 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 Cheap. Achso, ja. Ich habe schon Mining. Da brauche ich Stromzeug dafür. Lightning. Nehmen wir das da. Und das da. Major Gathering. Feuer bräuchten wir auch, ne? Ja. Ja, ja. Ich denke, das ist das. Es geht zu dir nach. Das ist, ja. Das ist... Das ist, ja. 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 Ich mache es mit Kugeln. Level Up! Jetzt kommt eine Sequenz, oder? Pickaxe. Das ist natürlich ein Ding, wir können ja am Anfang nicht mega super Dinger machen. Ah, da. Pickaxe. Warte mal, was kann man jetzt halt noch machen? Kann man auch irgendwas anderes, was man freischalten kann? In God. Da ist der Ezra Cage. Support Guard. Sparkling Sand. Sparkling Sand. Puni Missile. Der Abituron likes Wind. Certainly will be nice to get around more quickly. So tire quicker than two, though. Not really much of improvement, then. Der Abituron. Diamond Rabbit. Warte mal. Ok, White Street Plains, ne gut, das haben wir ja gleich, ach so, ja Monsters, hier ist er, gehen wir mal da hin, jetzt sind die Mining Spots auch mehr, ach so, dass wir noch die Furnissigkeit machen sollen, und Nummer 1, da hinten ist ein Weißer, wie das halt ständig ein Critter ist, ne, hä, wenn ich hier alles überlebe, zaaack, Beste Leben, ne, er hunt blue poony, mit ihr to win the battle, so, jetzt haben wir so viel gekillt, genau, und was war das eine, Iron, äh, Ingo, ne, Leidenohr, nochmal, das sollte man sehen, vielleicht, oh, da ist auch was zum killen, wo ist denn das, da hinten sind die, Akurai Stone, Scherzer Pacific Materials, Symbesize, ich habe Plakta, Appellative Wounds 5, Jetzt bin ich aber wenigstens auch mal dahinter gekommen, wie ich das weitermachen kann, mach mir ja bitte die Points, Ah, jetzt müsst ihr den Stein abbauen können, ach ne, da brauche ich einen Hammer dazu, war ja was, was, ich habe mich eben gedacht, ne, nein, wo ist denn das Ding hier, ich habe das Ding, wie die, ich habe das Ding, hier, ich habe das Ding, hier ist, das, da ist es, das, da quir 유튜�uttoin, Ja, weil es ja wechselt. Das dritte Kümmer 1 ist schon fast Mord. Zwei Dryants. Da muss ich über einen anderen Spielen auch mal dran denken. Ich bin der gute Typ, aber ich metzel gerade massenweise Leute nieder. Das haben wir jetzt auch. In der Mitte ist was. Nee. Da muss ich in die Mitte. Hä? Achso, da kann ich nur mit dem Wasser drüber, ne? Ach, da ist so ein Ding. Jetzt gehen wir da durch. Da unten sind noch Gegner. Achso, jetzt stimmt die Sonnenblumen muss ich noch killen. Ja. Ja. Noch mal. Ja. Das sieht doch irgendwie ganz cool aus eigentlich. So. 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 Die auch. Jetzt trotzdem noch nicht, wo ich das einen Ohr herkriege. Hey, was ist da hinten? Plötzlich einen von den Großen mal platt machen. Was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, 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 was ist das Jaaa Wo ist dann auch immer so so, ja, ja gut Nee, nee, ist das Schwachsinn was ich gerade erzählt Ich könnte da 20 mal durchlatschen, das wäre kein Problem Oh, in erster Cage könnte ich jetzt bauen oder was? Ah nee, Use Support Guard Ah, jetzt ist es nach oben gegangen Synthesize Ingold, achso, das muss ich bauen Kann sie das machen? Eisbomb? Ich kann das sogar Bomben schon machen, ne? Aber wo kann ich denn hier Ingold machen? Ja Yawn Code Geht schon echt weit runter, ne? Die Aufnahme von der Sophie, wenn sie was nimmt Das ist, wenn die Akplakta was macht Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr rumexperimentieren Aber egal Ich bedanke mich an der Stelle, als wir bei euch bis zu schauen Los Und Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Atelier Sophie 2 Äh, ja Macht auf jeden Fall Spaß Und was heißt Spaß Es ist jetzt ein bisschen wieder ein wenig getüftelt, wie man reinkommt Und was man braucht Und dann alles hier und da Und dann musst du dein Material aufwerten Damit du bessere Materialien kriegst Und dann musst du damit wieder die anderen Sachen aufwerten Und es ist ein ewiger Teufelskreis in dem Spiel Aber wir kommen rein Danke fürs Zuschauen, macht's gut und servus